Berlin-Grünen-Chef Cem Özdemir hat trotz aller Kritik an der Türkei vor einem Abbruch der EU-Beitrittsgespräche gewarnt. Als Grund nannte er am Mittwoch im Deutschlandfunk, weil es genau das Mittel ist, wo wir noch eine Chance haben, die türkische Opposition zu STRKEN. Ein Abbruch wäre das fälscheste aller MITTEL, um in der Türkei Inhaftierten mit deutschem Pass, wie der Menschenrechtler Peter Stoltener, zu helfen. In Istanbul beginnt am Mittwoch das Verfahren gegen Stoltener. Ihm wird unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Özdemir macht aber zugleich deutlich, dass es mit einem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan keine EU-Mitgliedschaft der Türkei geben werde.